Jetzt kommt wieder die Sonne raus, voll geil. Da ist das Schiff. Wir machen gleich damit auch eine Tour. Das ist halt mit inbegriffen. Ich habe schon Nahaufnahmen gemacht, aber hier die Gesell. Du kannst auch mal in die Richtung gehen. Hallo Leute. Er ist der Führer, er lacht uns die ganze Zeit aus. Jetzt nehmen wir den auch noch auf. Jetzt sind sie auch drauf. Ey Duckface ist aber so. Doch. Ach, das meint der die ganze Zeit mit Duckface. Ja, das ist so. Das Fischface. Das Fischface. Der will die ganze Zeit mit Duckface machen. Was ist das? Das ist das, was ich gemacht habe. Oh Mann ey. Okay, wir steigen jetzt auf jeden Fall gleich da ein. Deshalb gehen wir mal langsam los. Auf jeden Fall ist der Reiseführer so witzig und der kann Deutsch. Ja, der ist wohl geil. Der hat gerade die Gesell mit U-Boot verarscht. Dass sie ein U-Boot fährt und dich hat sie wie verarscht. Weiß ich nicht mehr, wie war das nochmal? Was hat der nochmal gesagt? Ähm. Warte mal, scheiße, ich muss überlegen. Auf jeden Fall ich so, echt? Und der so, ja. Ich so, ey. Und dann die geht und der hat sich verarscht. Ich so, toll. Aber das Beste ist so nebenbei, merkt man das so mal. Auf jeden Fall, die gehen jetzt mal. Yes. Kannst du ausmachen. Okay. Wir machen eine Bootstour. Wir müssen Duckface machen, zeig. Unser Führer, stellen Sie sich mal vor, sagen Sie wer Sie sind. Ja, sagen Sie mal Ihren Namen. Name. Marco. Ah, wissen wir wussten ja gar nicht. Ja, doch, ich wusste das. Echt? Ich hab dir welche E-Mails geschrieben. Ach so. Hey Leute. Hallo. Hallo. So cool. So cool. Ja. Aber egal. Er friert sich voll einen ab. Ah, meine Tasche. Hey, heb mal auf, bitte. Was hängt da? It's raining men. Hey. Halleluja. Boah, das ist irgendwie voll langsam. Ich glaub, der will das ja aus Kroatisches singen. Ich kann nichts Kroatisches singen. Haben Sie ein gutes Lied? Ja, dann singen Sie. Na ja. Doch, doch. Komm. Komm Sie. Komm Sie.